Was gibt's? Hey, das ist der Plan. Wir reden später. Hey, Ank. Ah, schickt es da. Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Starte Projekt Totschlagen. J, L, 3, 9, 4, N, D. 7, 7, 7, 7. Multiple Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Kay, was ist passiert? Ich seh nichts mehr. Ich sag's nicht gern, aber ist der nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jalens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch ne Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tammen reden. Jetzt, Kay. Bereit, nix? Bist du bereit? Banditen! Nicht gut! Wir sind einfach zu fix, nix! Echt jetzt? Mora, Deku! Deku! Depp, Deku! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann mal los Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Komm, nix, lassen wir die Leiter runter. So geht's. Gut gemacht, Kay. Wir kommen rauf. Ach, Sackgasse. Hm, nicht für uns. Ich gehe nie ohne meinen Fusionsschneider aus dem Haus. Hier drüben! Kannst du das für mich offen halten? Okay, das hätten wir. Der Turbolift stammt noch aus den Klonkriegen. Kannst du ihn wieder aktivieren? Gideg, bist du sicher, dass die Liftkonsole noch funktioniert? Ah, nein, zieh dir das an. Ein Kurzschluss. Dann musst du bloß eine andere Energiequelle für den Turbolift finden. Unten müsste es eine Hilfskonsole geben. dass die Technik vorigen. Ja, ich kann auch wiederholen. Hier geht es. Die Teile ist in der Mitte. Da bin ich dir. Das fühlte ich. Ich bin versucht, eine neue Unterkontrolle zu machen. Ja, ich bin ein wenig besser. Das ist ein wenig besser. Ich bin ein bisschen besser. Was ist das? Ehe. Gut. Seht ihr hier mal nach. Da wären wir. Okay. Ich aktiviere jetzt die Hilfskonsole GEDEK. Okay, ich bin gleich unten. Ich repariere nur schnell noch ein paar rostige Konverter. Äh, wie wär's, wenn du dich etwas beeilst? Ich glaub, ich bin hier nicht allein. Hey, ich höre Blasterschüsse. Alles in Ordnung? Das sind Samako-Bestien. Ah, tja. Jetzt sind sie tot. 1HB 1 2 7 5 kommen. 1HB 1 6 9 kommen. 1HB 1 8 8 auf Diagnose und Schadensbericht. Die sind hinüber in D. Wir müssen weiter. Ja. Das ist mir klar. Ich, äh, schalte mal das Tor an. Hier war ein Gefecht. Ein letztes Aufgebot. Die Republik hat wohl die Fabrik gefunden. Sie fanden fast alle. Trieben uns in das Alter Rim hinaus. Es war der Anfang vom Ende. Ach, na los. Gehen wir weiter. Annäherungsernommen. Hinterkommen. Was ist los, N.D.? Hinterhalt. Unsere Position ist umstellen. An unsermann los. Hör auf zu schießen. Es gibt niemand. Ich hab's. Alles klar. Er ist den Transport-Stasis. Okay, aber das Kontrollpult ist durch. Ich suche uns einen anderen Weg durch die Tür. Hier. Nimm meinen Fusionsschneider. Hast du schon mal mit sowas gearbeitet? Ich hab genug von denen im Südviertel gesehen. Ja. Wie du meinst. Mal sehen, was ich für N.D. 5 tun kann. Ich hab's altes Schreiber benutzt. Wichtiges. Sicherheit, Obviously, würde ich relativ alle funktionen sehen. Ich hab noch auf den Wegoux genommenET und erwähnt. Oder sch directement나 die Tür golden-Abo jack und die Er 양 только auf Nhontinho hin. Ich werde auch nicht ver breasts. Ich werde ohnehin Rörer über. Ist da was? Ich habe keine Ahnung. Also, das hat funktioniert. Kannst du das für mich öffnen, Nix? Nix, wie wir es geübt haben. Weiter so. Na schön. Hey, ich beende die Stasis von Indy 5. Woher wissen wir, dass er uns nicht erschießt, wenn du ihn anschaltest? Ich kann ihn auf keinen Fall schleppen. Und du? Na gut, weg hinauf. Kay? Kay? Was ist passiert? Wie lange war ich deaktiviert? Mach dir keine Sorgen. Bleib einfach bei Gedeck, okay? Die Fabrik. Stellt euch die ganzen alten Teile vor. Die Hybrid-Druiden, die man basteln könnte. Ja, ich verstehe, warum Temmin die Klappe gehalten hat. Ich wurde an so einem Ort konstruiert. Genau deshalb sind wir hier. Wartet hier. Ich kümmere mich um die Tür. Ja, warte. Ja, warte. Ja. changed her, Frau. Ok. Ja. Ja. Nix. Halt das mal für mich, ja? Halt das mal für mich, ja? Hm, was haben wir denn hier? Klasse, Kay. Das Tor öffnet sich. Wir sehen uns drin. Oh, ernsthaft. Hey, Gedick. Ich komm hier nicht raus. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Warte kurz. Gut, gehen wir. Das ist unglaublich. Siehst du das, Kay? Droiden. Hunderte Droiden sind hier unten. Ziemlich gruselig, aber es gibt nur einen Droiden, um den ich mir gerade Sorgen mache. Okay, ja. Konsequenzen. Ist das ein Kommando-Motel? Gedick! Nix, zeig, was du kannst. Wow. Ist das riesig. Hey, der Turbolift hat keinen Saft. Funktioniert hier drin überhaupt irgendwas? Kay, es ist Zeit, Jalen zu kontaktieren. Meine internen Systeme fahren herunter. Gedick, kannst du was machen? Er braucht eine stabile Energiequelle. Such dir eine Konsole und schalte den Lift an. Okay, okay. Schon dabei. Bye. Okay, ich brauche Strom für diese Konsole. Ein Generator läuft, ich muss nur noch einen Weg durch diesen Montageraum finden und die anderen beiden starten. Sollen Sie weiter. Oh, oh, oh. Was? Oh, come on. Ja! Ja! Noch ein Generator. 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 Was hätten wir? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das hätten wir WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ah, das ist nicht gut. Sarek Bash muss uns gefolgt sein. Untertitelung des ZDF, 2020 3, 2, 1. Wir haben in einem Gang Schütz gesucht. Gut, ich hab Todesmal Probleme. Sarek Bash hat uns gefunden. Um die kümmere ich mich zuerst, dann komm ich zu euch, ja? Seltsam. Hier scheint sich was zu bewegen. Handy 5? Sie sind weg. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Die Haft sind aufgeregt. Zwei sind da vorne, und man muss ganz in der Nähe her. Keiner von denen hat er jeden Traum aus. Lachen nicht an, hey! Lachen nicht an, hey! Tod dich aus, Max! Halten sie auf! Los, die Klasse! Lachen nicht laufen! Aufgefallen! Lachen! Hälter! Lachen! Lachen! Wow! Eine mit dich mach ich locker fertig! Hm? Du hast mir nichts verloren! Lachen! Oh! Okay, ich muss zu Geheg und N.D. Das kann doch nicht wahr sein. Und das hier ist ne Geheimbasis. Komm mir bloß nicht in die Quere. Ich wollte dich um Hilfe bitten, aber vielleicht brauchst du jetzt meine. Nein, ich schätze ein Todesmal ist mehr als genug. Lasst sie gehen. Kay, das ist vielleicht die letzte BX-Fabrik im Autorem. Gehe die Eindringling entdeckt. Eindringling entdeckt. Was braucht ihr? Die Hutten haben eins unserer Teams. Sie verkaufen es ans Imperium. Hilf du meinen Freunden und ich helf deinen. Wenn du mir kummkommst, verkaufe ich dich ans Imperium. Gut. Du kannst die Reparaturanlage benutzen und wir suchen das Teil. Ich muss ihn so schnell es geht an die Fabrikenergie anschließen. Hoffentlich funktioniert die noch. Denk dran, wir brauchen einen Mischregulator aus einem, das ist wichtig, BX-Energiekern. Komm schon großer. Wann verschwinden wir? Mein Trupp prüft unsere Informationen über den Aufenthaltsort der Hutten. Wir haben Vorräte. Bist du versorgt? Prüf mal deinen Blechkameraden. Schau, ob der was braucht. Er heißt ND5. Okay, Entschuldigung. Gib einen alten Versorgungsturbolift, den wir als Ausgang nutzen. Wenn du bereit bist, geh zur Oberfläche. Wenn das Imperium unsere Freundin in die Hände bekommt. Was, wenn das nicht klappt? Willst du dich mal umsehen? Mach's gut, Menschenfrau. Bis dann. Auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, wie lange er damit funktioniert Tu, was du kannst Ich komme zurück, sobald ich diesen Rebellen geholfen habe Ich habe erstklassige Waren, falls du interessiert bist Was brauchen wir denn heute? Immer wieder gern Man sieht sich Ich weiß nicht, wie lange er sich mit dem Rebellen geholfen hat Ich weiß nicht, wie lange er sich mit dem Rebellen geholfen hat Ich weiß nicht, wie lange er sich mit dem Rebellen geholfen hat Okay, Asara, ich bin oben Wo bist du? Auf dem Weg zum Huttengebiet Wir treffen uns dort Ganz genau Ich weiß nicht, wie lange er sich mit dem Rebellen geholfen hat Jetzt gehen wir nach Na los, das geht schneller. Kay, ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du das alles für Androiden auf dich nimmst. Tja, und ich bin gar nicht überrascht, dass die Hutten euch übers Ohr gehauen haben. Mein Trupp wurde gefangen genommen, als sie Waffen gegen die Tributkonvois kaufen wollten. Ha, lass mich raten. Die Hutten haben gemerkt, dass gefangene Rebellen mehr bringen als gewöhnliche Kunden. Ich hätte es wissen müssen. Kalis hätte den Fehler nicht gemacht. Sie war meine Schwester. Und sie starb in der Schlacht von Scarif. Tut mir leid, nie davon gehört. Dafür hat das Imperium gesorgt. Kalis war eine Heldin. Und als sie mich brauchte, war ich nicht da. Deshalb bin ich jetzt in der Rebellion. Hey, Asara. Was ist los, Kay? Eins frag ich mich, seitdem deine Crew mich zum Sterben zurückgelassen hat. Ja, tut mir leid. Wie bist du in einem von Slyros Tresoren gelandet? Tja, Slyro ist ein Mann mit vielen Ressourcen und ich dachte, ich könnte einige einem guten Zweck zuführen. Ja klar, aber warum du? Du bist nicht gerade gut in sowas. Schon. Aber ich kenne Leute, die es sind. Wie dich. Und die Rebellion braucht alle, die sie kriegen kann, wenn wir das Imperium schlagen wollen. Okay, Asara. Ich bin im Tunnel zum Huttengebiet. Dann bist du in der Nähe. Ich kundschafte unser Ziel aus. Ich bin im Tunnel zum Huttengebiet. Ich bin nicht weggeräuscht. Ich bin langsam. Ah. Oh, hey. Bist du bereit? Bist du bereit? Du hast es geschafft. Gut. Wir sind nicht zu spät. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Versteck dich, während ich das durchziehe. Gefangene sind leichter zu befreien als Geisel. Jawohl. Ich suche einen Fluchtweg für uns. Bist du bereit? Sagen wir sie? Fangen wir sie mal auf. Es geht nicht. Das war's für heute. 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 Hey, schleich mal rüber und hol das. Das war's für heute. Das war's für heute. Huh. 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 Ich mach sie. Sie wollen uns sch应en! Sie wollen uns schlafen! Oh, 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 oh! Der Weg ist frei. Aber warum war das Serik-Besh und nicht das Imperium? Du hast heute viele Leben gerettet. Und du könntest noch viel mehr retten. Weißt du, was ich über euch Rebellen gelernt habe? Was denn? Ich habe ein Todesmahl, einen halbtoten Droiden und eine Crew ohne Schwergewicht. Und ihr redet nur darüber, wie ich euch helfen könnte. Ihr seid auch nur ein Syndikat. Ihr nehmt euch einfach, was ihr braucht. Wir haben den BX-Regulator. Sieht aber nicht gut aus. Wir sind unterwegs. Geht es in die 5 gut? Beeilen wir uns. Hast du ruhige Hände? Äh... Perfekt. Der hier. Verbinde ihn mit der Kupplung. Schnell. Aber nicht zu schnell. Geh. Du hältst den Fallschirm. Ende? Ein Wunder, dass er so lange durchgehalten hat. Geh. Geh. Lass los! Kay? Kay? Willst du drüber reden? Der Casino-Job ging schief. Was soll ich groß dazu sagen? Es heißt, Gedeg wollte einen Droiden kapern. Aber der geriet in Panik. Und löste Alarm aus. Du weißt davon? Ich habe noch ein paar Kontakte beim CBPD. Gedeg hat's versaut. Glaubst du, ich wollte, dass er erwischt wird? Du hast ihn zurückgelassen, Kay. Jetzt bleibt ihm entweder Gefängnis oder Imperium. Moment. Gedeg kannte das Risiko, ja? Ich arbeite lieber allein. Schon immer. Das klingt nach Rico. Nicht nach dir. Genug geredet. Dir geht's gut. Hab ich dich verletzt? Na, wenn schon. Du warst kaputt. Nein, so bin ich. Ohne Jalens Handbolzen bin ich nur ein Kampfdroide. Infiltrieren und eliminieren. Und mehr nicht. Das warst du? Ich war dagegen. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Hey, Kay. Wir brauchen zwei Hacker, oder? Tja. Und sie ist die Beste. Nicht sie. Ein Schiff, eine Crew, ein großer Auftrag. Ich wusste, dass sowas in dir steckt. Ich helfe dir nur dabei, erfolgreich zu sein. Gut, Kay. Schon klar. Aber die Beute geht vor. Wir brauchen sie. Du brauchst sie. Und dein Todesmahl verschwindet nicht einfach. Schön, dass du wieder da bist. Tja. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Was willst du hier? Jill meinte, ihr braucht Feuerkraft. Und, äh, Rebellionen sind teuer. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Vielen Dank.